So Freunde, oft rede ich von der Macht von Smart Contract Plattformen, nun gibt es aber auch Projekte, welche überwertet sind und an dieser Stelle müssen wir über Cardano sprechen, aber auch um die generelle Ranggehensweise im Markt. Viele von euch wissen, dass Cardano mein bester Performer 2021 im Portfolio war, jedoch sehe ich aktuell einige Probleme. 2021 als Ethereum überlastet war, ist Cardano durchgedreht. Zu der Zeit kannte man den Smart Contract Kosmos als Ganzes nicht und dachte Cardano muss überdurchschnittlich gut sein. Jeden Tag schaut man aufs Portfolio und der Coin steigt im Vergleich zu anderen Coins im Portfolio weiter und weiter. Wenn man sich jedoch etwas näher mit dem Thema beschäftigt, fallen einem zwei Dinge auf. Cardano war, was den Anstieg der Smart Contract Gewinner angeht, ein durchschnittlicher Coin und Fakt 2 ist, dass Plattformen wie Solana, Polygon Matic und Phantom sehr viel mehr von Ethereum abstauben konnten. Sie haben, wenn man die Preisanstiege übereinander legt und sie mit den maximalen Ethereum Gas fees abgleicht, über das ganze Jahr hinweg abgeliefert und von Ethereum abgestaubt. Cardano und viele andere Konkurrenten konnten nur in den ersten drei Monaten der Ethereum Überlastung gut abstauben. Dann haben die Menschen sich auf Projekte wie Polygon, Solana, Phantom und BNB geeinigt. BNB war zu der Zeit schon sehr hoch in der Rangliste und hat dennoch Cardano im Anstieg outperformed. Dieses Video soll kein Hate sein, sondern an den Fakt erinnern, dass viele hier den großen Anstieg verpassen wie bei Cardano 2021. Dann ist das Projekt relativ weit oben in der Rangliste und im Vergleich zu Konkurrenten völlig überbewertet. Wenn wir uns die beiden nahesten Konkurrenten anschauen, Solana und die Binance Smart Chain, dann sehen wir, Solana hat fast 20-fach mehr Volumen am Tag und eine Flut an neuen Layer 2 Projekten. Und obwohl die Binance Smart Chain leidet, hat auch sie um einiges mehr Anwendung als Cardano. Rein aus diesem Aspekt gehört Cardano eigentlich in die Top 40 neben Nier und solchen Konkurrenten. Man bemerke, Nier ist relativ frisch dabei und hat schon ähnliche Anwendungen wie Cardano. Es gibt ein paar Probleme bei Cardano. Der Fortschritt ist schleppend. Und der Smart Contract Markt ist immer kompetenter und brutal. Hältst du nicht mit, wirst du unweigerlich abgelöst. Denn es gibt hungrige Entwickler und Teams, die sich beweisen wollen und das Potenzial der Kryptowende verstanden haben. Auch das Marketing bei Cardano ist fragwürdig, wie als auch das Benehmen von Charles Hoskinson manchmal. Dennoch ist Cardano eine Smart Contract Plattform und könnte alleine deswegen Bitcoin im Anstieg outperformen, aber ich sehe mit den Bestrebungen der letzten Zeit den Platz auf der Rangliste unverdient. Solana, auch wenn mir übel wird, wenn ich die Plattform loben muss, liefert einfach ab und hat das FTX-Dilemma gut überstanden. Was mir Sorgen macht, ist die Binance Smart Chain, welche stark unter dem Binance Drama leidet. Entwickler flüchten und suchen andere Plattformen und es kommen vergleichsweise weniger neue Projekte hinzu bei der Binance Smart Chain. Das merkt man natürlich jetzt schon an Konkurrenten wie Solana in der Anwendung. In einem Hackathon kommen einfach mal 900 neue Layer 2 Projekte und Debs hinzu. Das ist gewaltig. Viele davon machen es nie wirklich in den öffentlichen Markt, also von diesen neuen Projekten, aber dennoch ist das ein guter Indikator für die Anwendung. Sollte etwas mit der Binance Smart Chain passieren, wird Cardano noch am wenigsten abstauben und das ist ein großes Problem. Daher sage ich immer wieder, ich berechne die Potenziale in jedem Bärenmarkt neu und ich erstelle einen neuen Graphen, eine neue Liste, neue Studien, alles muss neu eingefertigt werden. Man sollte so riskante Risikoassets wie im Kryptomarkt nie über einen Zyklus hinaus halten. Mit der Zeit kommen neue Konkurrenten, neue Gefahren und Katastrophen hinzu. Der Markt übermorgen ist ein ganz anderer als er heute ist. Projekte, die 2021 gut waren, werden es im nächsten Buran nicht mehr sein und Cardano könnte ein sehr gutes Beispiel eben dafür sein. Daher müssen Projekte im Bärenmarkt Fortschritt machen und mit der Konkurrenz mithalten. Und da kann eine Börse extrem gut mit der Konkurrenz mithalten. Bitwavo ist EU-reguliert und dennoch günstiger als dubiose Offshore-Börsen, was die Gebühren angeht. Weiterhin gab es noch nie einen Hack, denn es werden zu allen Kryptos doppelt und dreifach selber Nodes gehalten. Sollte es jemals einen Hack oder Diebstahl geben, dann sind alle Kundeneinlagen bis 100.000 Euro versichert. Über meinen Link gibt es exklusiv 20 Euro Startguthaben statt den üblichen 10 Euro, die ersten 1.000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit. Like und Abo nicht vergessen, bis demnächst, euer Big Daddy.